Um den Kaliope zu programmieren, gehe ich in meinem Browser auf die Kaliope-Webseite kaliope.cc. Dort finden wir unter Programmieren, Editoren, verschiedene Programmierumgebungen. Wir beschäftigen uns in diesem Kurs aber mit dem Editor MakeCode. Alternativ könnt ihr den MakeCode-Editor auch erreichen, indem ihr in eure Adresszeile makecode.kaliope.cc eingebt. Hier können wir direkt loslegen. Auf der linken Bildschirmseite sehen wir gleich den Kaliope Mini, auf dem später unser Programm simuliert wird. In der Mitte haben wir unseren Blockbereich. Dort finden wir alle Programmierbefehle, die wir für den Kaliope Mini benötigen. Hier sehen wir schon zwei Grundlagenblöcke, die ich mit dem Grundlagenblock Zeige LEDs ergänze, um auf dem Kaliope ein Smiley auszugeben. Jetzt wird abwechselnd der Smiley und nichts angezeigt. Der große weiße Bereich rechts ist unser Arbeitsbereich. Dort wird das Programm erstellt. Wir können diese Blöcke auch einfach bewegen, zum Beispiel den unteren Block Zeige LEDs, indem ich ihn mit der linken Maustaste anklicke und diese gedrückt halte. Jetzt kann ich den Block irgendwo in meinem Arbeitsbereich ablegen oder ihn nach links ziehen, um ihn im Mülleimer zu löschen. Wenn an einem Block noch etwas anderes dranhängt und ich den obersten dieser Blöcke bewege, bewege ich die unteren in ihm gleich mit. Wie jeder Profi-Programmierer beginnen auch wir mit der Anzeige des Textes Hallo Welt. Beginnen wir unser Programm, indem wir uns nochmal aus der Gruppe Grundlagen den Block dauerhaft holen. Dies funktioniert ebenso wie das Löschen per Drag & Drop. Da wir einen Text anzeigen möchten, nehmen wir ebenfalls aus der Gruppe Grundlagen den Befehl Zeige Text. In das kleine Feld schreiben wir nun unseren Text Hallo Welt hinein. Dieser wird auch direkt vom Simulator ausgegeben. Um unser allererstes Programm zu speichern, geben wir ihm hier unten in dem Kästchen noch einen Namen und klicken auf das Speichern Symbol. Und das Programm wird im Ordner Downloads als .hex-Datei gespeichert. Diese könnt ihr nun auf euren Calliope Mini verschieben, welcher wie ein USB-Stick mit dem Namen Mini angezeigt wird. Zurück zu unserem Programm. Im Simulator sehen wir, dass unser Text Hallo Welt immer wieder wiederholt wird, da er sich in einer Dauerschleife am Calliope Mini befindet. Hier läuft die Dauerschleife so lange, wie der Calliope noch mit Strom versorgt wird. Wenn wir möchten, dass unser Text nur einmal angezeigt wird, zum Beispiel nach einem Drücken der Taste A, benötige ich aus der Gruppe Eingabe den Befehl, wenn Knopf A gedrückt wurde. Und nun schieben wir den Block Zeige Text an diesen heran. Jetzt zeigt uns der Simulator nichts mehr an. Erst wenn ich den Knopf A im Simulator drücke, wird unser Text angezeigt. Um das Programm noch zu erweitern, um beispielsweise einen Namen anzeigen zu lassen, kann ich auch ganz einfach mit einem Rechtsklick auf den Block, wenn Knopf A gedrückt ist, diesen duplizieren, also verdoppeln. Dabei wird auch der Block Zeige Text mit verdoppelt. Da der Calliope nicht zwei verschiedene Dinge machen kann, nach dem Drücken von Knopf A wird einer der beiden Blöcke etwas blasser und nicht mehr verwendet. Um diesen verwenden zu können, ändere ich in dem kleinen Feld hier das A zu A plus B und schreibe als Text noch Name in das Feld des Bausteins Zeige Text. Im Simulator ist nun die Möglichkeit erschienen, beide Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Dafür gibt es jetzt unten links den Button A plus B. Und wir sehen, Name läuft nach dem Drücken des Knopfes über das LED-Display. Der zuvor programmierte Teil funktioniert auch noch, wenn ich jetzt wieder nur den Knopf A drücke. Und so wird wieder Hallo Welt angezeigt. Damit wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim selber programmieren.